Durch die Schwäche zu wahrer Stärke gelangen. Sehr viele Menschen haben seit ihrer Kindheit gelernt, dass Schwäche etwas Schlechtes ist, das man vermeiden sollte, weil andere Menschen uns verurteilen oft, wenn wir schwach sind. Wir versuchen immer nur stark zu sein, etwas zu spielen, was oft nicht der Wahrheit entspricht. Meine herzliche Empfehlung ist, trau dich und habe den Mut, auch schwach zu sein und auch Schwäche zu zeigen. Das heißt Mut zu Ehrlichkeit. Denn der Mensch, der sagen kann, ich darf auch schwach sein, das ist der wahre starke Mensch. Ich empfehle dir einen Satz, der heißt, ich bin stark und ich darf auch schwach sein. Und damit kommst du in den Frieden und in die Balance. Nur der, der sich auch mal fallen lassen kann, der auch anderen gegenüber zeigen kann, du im Moment brauche ich Hilfe, kannst du mir helfen, dieser Mensch ist der wirklich starke Mensch. Vielen Dank. Vielen Dank.